Bitte rette mich, ich finde die Treppe nicht Du stehst auf hier, entspann dich, sonst verletzt du dich Treppen sind sehr kompliziert, du könntest dich noch verlaufen Welche Richtung soll ich gehen, kann man für Treppen Karten kaufen? Es geht nach oben und nach unten Und diese beiden Pole sind mit Stufen verbunden Mittels eines Schrittes, den du bei des Tischermittels Über deinen Nervenstrengen, deinen Beinen vermittelst Um die denn vertikalen Trieben, jener Schwerkraft zu erheben Die dich wohlsprünglich gehindert hat, von A nach B zu schweben Alles klar, das heißt ich soll in die Stufen greifen Nee, du sollst mit Beinen über Stufen steilen Versteh ich nicht, meinem Volk der Graben stur Machst du dich lustig? Nee, ich verarsch dich Er verarscht mich Ich konzentriere dich, glaube mir, ich liebe dich Greif von der Skelle, dann schau nach oben und ich schiebe dich Ich geniere mich, ich erkenne dein Gesicht Wie bist du nicht, dieser Rap-Rater, der an meinem Volk mit dir noch spricht? Und erkannt, ich bin ne Kater, der in VR Ich hab dich noch nie gesehen, wie den Mörder, der mich kennen Ich bin ein Mensch und du ein Teil meines Ichs Und wenn du auf die Stufen sitzt, formulier ich dich Und extrahiere somit meine inneren Betriebe In den sprachlichen Metaphern, einer erfundenen Begegnung Ich bin ne Sister